Willkommen zu meinen Wien-Tipps, meinen persönlichen Empfehlungen für Leute, die Wien besuchen oder in Wien leben. Heute möchte ich von unserem Besuch im Heindl Schokolademuseum erzählen. Im 23. Bezirk ist das. Und Heindl ist ein Wiener Familienbetrieb, den es schon ziemlich lange gibt. Also die haben letztes Jahr 70-jähriges Jubiläum gefeiert. Die Firma wurde 1953 gegründet und inzwischen wird sie schon von den beiden Söhnen geleitet und auch die dritte Generation ist schon dort tätig. Die Zentrale und wo eben das Museum sich befindet, ist im 23. Bezirk, aber gar nicht so schlecht zum Erreichen. Also mit der U6 bis Alt-Erla und dann noch drei Stationen mit dem 66a. Also wenn man vom Westbahnhof kommt, ich glaube wir haben ungefähr 20 Minuten gebraucht. Wir haben nicht auf den Bus warten müssen, also das muss man natürlich auch noch einkalkulieren, aber war jetzt nicht so weit. Und ja, man erfährt im Museum halt einiges allgemein über Schokolade, sehr viel über die Firma Heindl, über die Produktion und man kann auch einiges verkosten. Also das war schon wirklich genug zum Verkosten. Man bekommt Schokobananen, Schokomaroni und also während der Führung wird das immer wieder was angeboten. So Nougatpralinen, dann war eine Orange mit Schokolade überzogen. Dann gab es zwei vegane Sachen, so mit Gelee. Das habe ich nicht probiert, weil ich das nicht mag. Oder eins war so ein bisschen wie Gummibärchen. Meine Freundin hat aber gesagt, es ist besser als die normalen Gummibärchen. Und dann gab es auch noch Schnitten von der Firma Pischinger. Das ist eine Marke, die auch von Heindl übernommen wurde vor einigen Jahren. Ich war früher vor allem ein Fan von Pischinger, von dieser O-Plattentorte und von den Schnitten. Und da habe ich jetzt auch kurz nachgelesen, beziehungsweise habe ich das im Audio-Guide gehört. Die sind 1849 gegründet worden, war auch ein Familienbetrieb. Die haben dann 2006 keine Nachfolge mehr gefunden und es wurde von Heindl übernommen. Nicht nur die Marke sozusagen, sondern auch die Mitarbeiterinnen und die Maschinen. Und es wird weiter jetzt unter dem Namen Pischinger auch verkauft, Oskar Pischinger. Das Museum ist, finde ich, recht nett gemacht. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann einfach nur so durchgehen. Es ist vieles auch angeschrieben. Man kann durch eine Glaswand einen Blick auf die Produktion werfen, also zumindest an Werktagen. Sie haben uns erzählt, also dass normalerweise nur von Montag bis Freitag gearbeitet wird. In Ausnahmefällen auch einmal am Samstag. Und im Sommer ist immer ein Monat geschlossen. Ja, aber da kann man eben einfach so durchgehen. Es gibt auch einen Audio-Guide. Den gibt es auch von Hieronymus zum Zuhause anhören. Das habe ich gemacht. Ich habe mich wieder damit vorbereitet, um dann bei unserem Besuch schon ein bisschen informiert zu sein. Also Hieronymus, wer das nicht kennt, das ist eine kostenlose App, die man herunterladen kann. Und da kann man dann sehr, sehr viele Audio-Guides anhören. Sehr viele davon sind kostenlos. Ein paar kostet ein paar Euro. Und der Audio-Guide von Heindl kostet auch zum Beispiel 1,19 Euro. Aber er dauert auch 47 Minuten. Da wird auch einiges erzählt über die Geschichte von Kakao und Schokolade, wie sich das entwickelt hat. Dass es früher halt ein bitteres Wasser sozusagen war, das auch mit Gewürzen verfeinert wurde. Also mit Pfeffer, Chili und Zimt. Das war kein süßes Getränk, so wie heute. Und Schokoladetafeln gab es ja damals noch gar nicht. Und wie dann die Kakaobohnen nach Europa gekommen sind, wurden sie zuerst nur am Hof, am kaiserlichen Hof verwendet. Da wurde dann schon Zucker und Milch zugefügt. Und dann erst im 19. Jahrhundert gab es dann die technischen Möglichkeiten, Schokoladetafeln zu produzieren. Also da gab es diese Produktionsmöglichkeiten, diese Maschinen. Und ja, das wird alles im Audio-Guide erklärt. Kann man aber auch dort in der echten Führung, in der Live-Führung erfahren. Und das haben wir gemacht. Also wir wollten halt schon gern, dass ein Mensch uns durchführt. Und da zahlt man dann zum Eintrittspreis noch ein paar Euro dazu. Also bei uns waren es vier Euro, die es dann noch mehr gekostet hat, die Live-Führung durch einen Guide. Ja, und da wird eben einiges erklärt. Man kann einen Blick auf die Produktion werfen. Wir waren an einem Samstag dort, da war alles still. Also wurde gerade nicht produziert. Ist halt so Fließband. Das war auch interessant. Die Pralinen werden noch händisch in die Verpackungen gefüllt. Und ja, dann sieht man noch einen kurzen Film. Den kann man, glaube ich, auch im Internet anschauen, auf YouTube. Und zum Schluss kann man dann auch alleine durchs Museum gehen. Da ist einiges angeschrieben, einiges ausgestellt. Und es gibt auch ein paar nette Stationen, zum Beispiel zum Greifen, zum Ertasten. Da kann man nicht sehen, was sich dahinter verbirgt. Greift man so hinein und soll halt erraten, was es ist. Oder eine Geruchsstation, wo verschiedene Gerüche herauskommen. Das werde ich jetzt nicht verraten, welche das sind. Aber auch ganz interessant einmal, ob man das riechen, also gleich erriechen kann, was es ist. Ist gar nicht so einfach. Also ich finde, es wird dann immer einfacher, wenn man sich schon so ein bisschen eingerochen hat. Also wenn man dann schon die Nase darauf eingestellt hat, dass es sich jetzt was zum Riechen gibt, dann ist es ein bisschen leichter geworden. Obwohl eh eigentlich das Erste gleich das Einfachste war. Ich glaube, vier oder fünf Sachen konnte man da riechen. Und dann gibt es noch ein kleines Quiz, ob man sich alles gemerkt hat. Also das ist halt auch für Kinder, denke ich, ganz nett oder für Jugendliche. Sie bieten verschiedene Workshops auch an, zum Pralinen erzeugen. Da gibt es auch Verschiedenes für Kinder, für Jugendliche, Kindergeburtstag. Oder bei den Pralinen-Workshops gibt es einen eigenen für vegane Pralinen. Finde ich auch interessant. Findet man alles auf der Homepage, also schokomuseum.at. Dann gibt es natürlich noch einen Shop, wo man, wenn man im Museum war, verbilligt einkaufen kann. Das haben wir auch natürlich genutzt. Es gibt 250 verschiedene Produkte. Das habe ich auf dem Audio-Guide gehört. Und wir haben sehr gern die Betthupferl. Die habe ich sehr gern. Und dann drehe ich die Haselnuss-Ecken. Und ich finde, sie haben aber auch sonst gute Pralinen. Vor allem Nougat mag ich sehr gern. Oder gibt es auch welche mit Kaffee-Geschmack. Oder die O-Plattentorte von Pischinger. Die mag ich auch sehr, sehr gern. Ja, und was auch interessant war, das war mir nicht so bewusst. Also sie haben weiße Schokolade, Vollmilch und dunkle Schokolade. Die dunkle ist aber nur mit 55% Kakao-Anteil. Die Vollmilch mit 37%. Und das 55% finde ich relativ niedrig, weil oft sonst dunkle Schokolade eigentlich so ab 70% beginnt. Aber ich nehme an, weil das der allgemeine Geschmack ist, dass die Vollmilch und die mit weniger Kakao-Anteil beliebter ist, dass es daran wahrscheinlich liegt. Aber das weiß ich nicht. Das wurde nicht extra erwähnt. Aber sie haben eben diese drei Arten von Schokolade und halt Nougat und Marzipan und so weiter mit Nüssen und ja. Aber was wollte ich noch sagen? Ah ja, genau. Und man konnte auch probieren aus so einem Schokobrunnen mit einem kleinen Löffel. Den hat man schon am Anfang bekommen, damit man sich die einzelnen Kostproben selber nehmen kann mit dem Löffel. Und da gab es drei sozusagen Brunnen mit warmer, flüssiger Schokolade in Weiß, Vollmilch und Dunkel. Das war auch sehr gut. Also da könnte ich nicht aufhören, wenn das nicht so ein kleiner Löffel gewesen wäre. Da könnte ich mehr davon essen. Und sie haben auch einige vegane Produkte. Zum Beispiel die Schokomaroni sind auch vegan. Das wissen vielleicht einige nicht. Und die halten sich nur relativ kurz, vier Wochen ab dem Kauf. Und die Saison ist auch immer beschränkt, also von ungefähr Anfang September bis Ostern. Also das ist wirklich so ein saisonales Produkt, das durch die frischen Zutaten ohne Konservierungsstoffe sich auch nicht zu lange hält. Ja, und was auch noch interessant war, die Kakaobrunnen sind zu 100% verdreht. Das finde ich auch sehr gut zu wissen. Es gibt im Museum leider kein Kaffeehaus oder so oder kein Lokal. Es gibt nur die Möglichkeit zu sitzen und vielleicht auf die Führung zu warten. Da gibt es ein paar Automaten mit kalten Getränken und mit Kaffee. Ja, und nachdem wir so viel Süßes verkostet haben, ich bin da zweimal bei der Nougatpraline vorbeigekommen. Sind wir dann ins Riverside Einkaufszentrum gefahren und haben dort beim Tauber bekannte Brötchen gegessen. Ja, aber kann ich empfehlen, das Museum. War ein sehr netter Besuch. Das war's für heute. Falls ihr eine Rückmeldung habt oder eine Frage oder einen Themenvorschlag, dann schreibt mir bitte an claudia.wien-tipps.info. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert oder die bisherigen Folgen hört auf wien-tipps.info. und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.